Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Airline Tycoon. Wir haben beim letzten Mal uns die Route von Berlin nach Rio und zurückgesichert. Was haben wir hier? Okay, die will ich auch alle haben grundsätzlich. Mal schauen, ob ich diesmal in den Zuschlag kriege. Und ich wollte nochmal schauen, kann man das hier wirklich nirgends sehen? Na komm, wir wissen ja, dass die Route nicht kündigen, solange sie noch... Ah, okay, weil die im Plan sind, deswegen können wir die noch nicht kündigen. Warte mal. Wollen wir die Route auflösen? Das sind 26.000 am Tag und wenn wir die aktuell nicht bespielen... Komm, wisst ihr was? Wir lösen die erstmal auf. Sind ja nur Kosten, die wir haben. Das macht ja nicht wirklich Sinn, ne? Ich drehe mir bewusst einfach nur ein bisschen an der Tempo-Schraube. Ups, jetzt war ich ein bisschen zu vorreinig, weil ich wollte noch ganz still hier hin. Na, verdammt. Ich wollte noch gucken, ob ich da Höchstbien damit... Oh, jetzt haben wir ja Verluste eingehören. Ei, ei, ei. Guten Morgen zusammen. Leider gibt es Unerfreuliches zu berichten. Es hat einen Sabotagevorfall bei Falcon Lines gegeben. Telefone wurden manipuliert. Sowas ist ungesetzlich. Sabotage kann ich nicht dulden. Ich werde weiterhin ermitteln und Hinweise sammeln. Dies ist eine Warnung. Nun gar nicht mitbekommen, okay. Schön, dass nur ich manipuliert werde. Nach meinen Informationen haben Sie bisher von den zwölf Routen folgende in Ihrem Flugplan. Somit führt Sunshine Airways. Ich glaube, den nächsten Part überspringe ich jetzt mal, weil... ... Ihre Flugzeuge und weiter mit... ... der Zustand Ihrer Flugzeuge... ... wieder mit der Schächter auszubildenden Personal, bla bla bla. ... 191.000 Vertragsschappe, 160.000. Immerhin Amsterdam habe ich den Zuschlag erhalten. So, dafür gibt es gleich ein nettes Plus. Dafür ein dickes Wurz. Warum haben wir ja noch 181.000? Da war doch neulich noch 170.000 Wiese. Ach, Moment, Kerosin ist teurer geworden. Deswegen, ja, das macht leider Gottes Sinn. Ich gucke doch mal, ob wir für ihn hier einen Last-Minute-Flug kriegen. Nein, rennt der Lümmel vor mir dahin. Verdammt, seist du. Leider nein, leider gar nicht. Ja, jetzt rennt er hier hin. Da will ich auch hin. Nein, ich mach's ihm nicht nach. Er macht's nur vor. Das ist völlig anders. Das wäre natürlich sehr lukrativ. Du auch. Nee, nicht so richtig. Wir versuchen es mal in Amsterdam. Hm, okay, für unseren Kleinen haben wir da schon mal nichts bei. Zürich, Amsterdam, den würde ich doch mal nehmen. 5.000, 18.000, 4.000. Ja, ein kleines Plus immerhin. So, da kommen schon die 620.000 rein. Sehr schön. 552 Jahre. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte ich mal Benzin gekauft. Jetzt höre ich ein bisschen zu fäulich. Ach, nee, Moment, stopp. Die sind ja noch gar nicht da. Ich glaube, unser Aktienkurs ist wahrscheinlich etwas eingebrochen aufgrund der Lage. So, ich hab doch doppelt geklickt. Warum rennst du nicht, du fauler Limmel? Oh, 125, der hält sich sogar noch. Sehr schön. Ach, mir fällt gerade ein, wir haben nicht Verluste gemacht. Wir haben doch so viel ausgegeben, um den einen Flieger zu sanieren. Wo unsere Route nach Rio ist. Hier, für die Upgrades haben wir doch über eine Million bezahlt. Dafür habe ich nicht genug Geld, aber dann machen wir das Ganze. So, oh, 400 Schleifen habe ich noch auf dem Konto. Yay! Gut, wir drehen mal ein bisschen an der Uhr. 5.000, ja. Immerhin ein wenig was. Stimmt, ich wollte ja noch mal bei den Routen etwas schauen. Also, wir wissen ja, dass Phoenix Travel, die haben auch die Route nach Rio. Die Frage ist, wo sehen wir das? Ah, guck mal, Mieter. So, da ist ein Mieter, da haben wir keinen. Okay, da haben sie sich direkt auf die Route gestürzt. Also, dann wird anscheinend auch Sunshine Airways dahin fliegen, weil das die einzige Route ist, die sie zu haben scheinen. Ich bin echt neugierig, wie sich die Route bei mir entwickelt. Wann ist der erste Flug? Morgen Abend, okay. Machen wir erst mal Feierabend. Vier Flugverbindungen, okay. Jetzt wird es aber doch ein bisschen eng. So, ich überstehende das Briefing mal. So, ich überstehende das Briefing mal. Der Zustand ihrer Eisenberg und ihre Eisenberg. Dafür können wir kein Geld zollen. Der Falkenreisflug aus Stockholm ist zu eben gelandet. Moment. Freitag nach Palma, okay. Machbar. Und den nehmen wir mal mit. Nee, 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 warte mal, das wird so nichts. Musst du leider mal ein bisschen am Boden bleiben. Aber dann ist die Route hier tatsächlich auch kürzer, weil wir jetzt sagen, Berlin-Nuskler packen wir dazwischen. Zack, dann ist erstens kein Geld frei und zweitens ist dann der Flug nach Zürich teurer. So. So, wie sieht's bei Potsdam aus? Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie sich die Route da entwickelt. Ich hoffe, das wird unser Goldesel. Santiago de Chile. Uiuiui. Die Bino war das mit. Wir haben's ja. Eigentlich nicht, aber ich behaupte einfach, wir haben's. So, wir haben jetzt ein kurzes Minus. Wahrscheinlich der Sprit für den Rückflug von unserem großen Bomber. So, wir gehen mal eben in unser Büro. Kurz geschaut, wann bei der Potsdam der Flieger geht. Okay, da steht noch nichts fest. Dann nochmal ein bisschen an der Temposchraube. Noch keine neuen Zahlen. Das ist nur, dass wir ihn nicht verschieben können. Dann schauen wir doch mal nochmal eben, ob wir Höchstbeetender sind. Ja, das sieht gut aus. Wird uns leider einiges an Geld kosten. Ach, Gott sei Dank. 93.000 Gewinn. Das ist doch schon mal etwas. Uff, wo haben wir denn so viel Verlust eingefahren? Ah, guck mal, wir haben mal ein bisschen Image. Und die beiden bekämpfen sich gegenseitig. Das ist gut. Gucken, wem wer der Erdentäter war. Es hat einen Sabotagevorfall bei Honey Airlines gegeben. Flugblätter in fremden Flugzeugen. Da schmückt sich jemand mit fremden Federn. Sabotage kann ich nicht dulden. Ich werde weiterhin ermitteln und Hinweise sammeln. Dies ist eine Warnung. Außerdem gab es einen Sabotagevorfall bei Sunshine Airways. Flugblätter in fremden Flugzeugen. Da haben wir jetzt keinen Heiligenschein gesehen. Peter, ich werde so etwas auf meinem Flughafen nicht dulden. Ich möchte die betreffenden Warnern, so etwas nicht noch einmal zu probieren. Weiter zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Nach meinen Informationen haben Sie bisher von den zwölf Routen folgende in Ihrem Flugplan. Also ich muss auf jeden Fall, glaube ich, Sunshine Airways ein bisschen sabotieren, weil die rennen wir sonst davon, habe ich so das Gefühl. So wird führt Sunshine Airways. Kommen wir zu den Details. Beginnen wir mit... Ja, mein Personal ist immer noch schlecht, obwohl ich das beste Personal im ganzen Flughafen habe, aber... So, 26.000 Vertragsstrafe. Zack. Alle Standorte bekommen. 89.000, ja. Es ist jetzt nicht so der Riesenwurf, was wir da an Gewinn machen. So, rufen wir mal in Ruhe. Ich überlege gerade echt, ob wir... Also das kriegen wir mit zwei Flügen hin tatsächlich, mit unserem kleinen. Den werde ich auf jeden Fall von unseren großen nehmen. Und den auch, komm. Den bauen wir bei einem großen ein, weil wir brauchen einfach die Kohle gerade. Oh, 800.000, warte mal. 400.000. 400.000. 500.000. Hmm. Wenn ich jetzt nicht so mega glücklich mit, ehrlicherweise. Hilft uns aber nichts. Welcher Flug ist zu lang für welches Flugzeug? Ist doch Quatsch. Ich komme irgendwie noch nicht so ganz auf einen grünen Zweig mit dem Geld. Das ist ärgerlich. Ah, unser Kurs steigt. Wir könnten... Wir haben 1,8 Millionen. Warte mal, was ist denn? Ihre Firma hat eine Menge Aktien. Alles, was ich loswerden kann. Zu welchem, aber welchen Preis? So. Meine Aktien. Ich fasse zusammen. Neue Aktien. Ja. Ich bedanke mich im Namen. Zack. 800.000 plus. Jetzt können wir die für 2,5 Millionen verkaufen. Na, 11 Uhr kommen bis wir... Nein, nein, nein. Nicht die Kamera zurück. Ich wollte gerade sagen, renn doch hier hin, weil bis wir da sind, ist 11 Uhr. Sehr, sehr. Zack. Zack. Alles nicht so das Gelbe vom Ei. Schade, schade, Herr Nomade. Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Wir haben doch seit dieser Mission hier hinten dieses wunderschöne Hightech-Center, wo wir uns selber ein Flugzeug designen können. Was ist denn, wenn wir da... Kann man sich ein reines Frachtflugzeug designen? really? Ich bin der Hightech-Center. 19 Tonnen Fracht, warte mal, ich klicke, ich klicke mal alles durch, 9 Tonnen Fracht, 60 Tonnen Kraft, oh, allein das kostet schon 40 Millionen, nice, 19, 35, das ist auch nett, aber die Kosten, ne, 28, nee, sind wir wieder am Anfang, naja, okay, macht keinen Sinn, ich frage mich, wie, also ich scheine ja hier noch einiges falsch zu machen, finanziell, sonst würde es ja bei mir deutlich Wunder laufen, also falls ihr noch Tipps habt, wäre ich da wirklich sehr, sehr dankbar für, also zum Beispiel mit Benzin sollte ich wahrscheinlich öfter kaufen und nicht immer warten, bis es auf unter 500 ist, So, Sunshine So, was haben wir noch? Na komm, wir machen mal, was mit den Werbebroschüren Warte von 8%, nett, nehme ich Ich bin echt gerade noch nicht sonderlich glücklich damit, wie es läuft 89.000, ich meine, dass wir hier halbwegs im Plus bleiben, finde ich gut Wir hoffen, dass es noch ein bisschen besser wird Warte mal, gibt es Die Frage ist, will ich wirklich bei allen Standorten mitbieten? Ich gucke mal kurz, was es hier gibt und vielleicht sollte man ein bisschen Ich glaube, bei Singapur, da können wir viele gute Aufträge kriegen, sowohl Transport als auch, also Fracht als auch Passagiertransport Dann komm, wir drehen mal voll an der Temposchraube Okay, wir haben ja noch keine neuen Infos, na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen kleinen Cut Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal Bis dahin, tschüssikowski